Gut, dass ihr einschaltet. Heute gibt es noch was aus der Werkstatt und was zu gewinnen gibt es auch, aber da kommen wir zum Schluss dazu. Ihr wolltet schon immer mal wissen, wie man einen Vergaser reinigt, wenn man kein Ultraschallbecken hat oder keine Spezialwerkzeuge, dann kommen sie bitte mit. Los! Es gibt so viele Sachen, über die man reden kann. Tricks und Kniffe. Ich habe sehr, 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 sehr viele Lehrgänge mitgemacht und das war in der Vergangenheit Standard. Also in der Winterzeit gab es immer Lehrgänge von jedem Hersteller und natürlich nimmst du von jedem Lehrgang ein bisschen was mit. Heute quatsch mal ums Thema Vergaser. Hier, ist das gutes Stück? Ein paar Sachen habe ich schon vorbereitet, aber wir fangen einfach mal an von der Basis und dann zeige ich euch, wie man so ein Teilchen reinigt und die Grundeinstellung macht, damit euer Fahrzeug wieder fährt. Also Mofa, Roller, wie auch immer. Es kann auch sein, wenn ihr einen Vergaser habt, wo noch ein zweiter Vergaser dranhängt oder ein dritter oder ein vierter, eine ganze Vergaserbatterie, behandelt man jeden Vergaser als einzelnes Individuum. Ja, das war jetzt richtig kompliziert. Also wir legen mal los. In der Regel ist der Vergaser eingebaut in eurem Fahrzeug. Das heißt, ich löse erst den Vergaser vom Ansaugflansch. Das wäre dieser Bereich. Der hintere Bereich hier mit diesen zwei Bohrungen, da sitzt quasi die Luftfilterseite drauf. Wenn ihr das Ganze dann schon mal in der Hand habt oder beziehungsweise ihr könnt ihn hier noch lösen, da wo der Zug reingeht, wo der Schieber quasi auf und zu geht, da ist so eine kleine Feder drin. Das ganze Bauteil kann man dann auch am Stück hängen lassen. Wir kommen später noch dazu, wo man darauf achten sollte, was hier Phase ist. Wenn ihr das hier aufschraubt, wie gesagt, hier ist eine Feder drin und da sitzt dann euer Schieber. Das ist jetzt ein Schiebervergaser, ein Rundschiebervergaser. Manche Vergaser haben auch nur eine Drosselklappe. Na, jetzt geht er nicht raus. Das ist der Schieber. Wie gesagt, ich nehme das jetzt mal hier so in die andere Hand. Dieses Teil so, ja, und hier hängt der Gaszug dran. Das ist im Prinzip die Einheit, die am Fahrzeug hängen bleibt. Damit ihr den Vergaser in die Hand nehmen könnt, macht ihr am besten noch hier, modernere Fahrzeuge haben, diese Schokautomatik. Wenn der Schok jetzt fest am Vergaser montiert ist, bleibt das natürlich. Wie gesagt, das kann man auch nur abstecken, hier diese Schokautomatik. Ich habe es jetzt mal schon zerlegt, sonst würde das Video viel zu lange sein. So, jetzt haben wir diesen Vergaser hier einfach mal in der Hand. Wie legen wir los? In der Regel sind die Vergaser nicht so sauber. Also, das heißt, die sind so ein bisschen verschmutzt. Was passiert? Als nächstes, ich nehme ein bisschen Bremsenreiniger, sprühe das so ein bisschen ein und dann lasse ich es kurz einwirken und spritze das mal mit der Luft einfach ab. Dass wir so diesen Grunddreck entfernt haben. Nichts Schlimmeres ist, dass wir den Vergaser sauber machen wollen und nachher mehr Dreck im Vergaser haben als vorher. Also, wie gesagt, erstmal sauber arbeiten. Idealerweise sollte da auch noch der Schok und der Gaszug geschlossen sein. Hier die zwei Seiten verschließen, sodass ihr wirklich diesen Grundschmutz entfernen könnt, ohne dass ein Dreck reingerät in irgendwelche Öffnungen. Da, wo er nicht hingehört. So, hier haben wir jetzt quasi diesen Rundschieber. Hier drin sitzt die Nadel, die auch mit einem Clip befestigt ist, sodass sie nicht verrutschen kann. Und wie gesagt, hier wäre dann der Gaszug eingehängt. Bei der Nadel ist darauf zu achten, dass sie sauber ist. Also in diesem Bereich, in diesem Konusbereich, da wo quasi der Spritze gemischt wird oder die Menge festgelegt wird, kann so eine Nadel auch abnutzen. Wenn die mal so ein bisschen verschlissen ist, fliegt diese Nadel raus. Ihr bekommt sonst den Vergaser nicht mehr eingestellt. Bei den größeren Vergasern, da wo größere Drücke herrschen, kann sich so eine Nadel schon mal abnutzen. Diese Nadel, die ist relativ teuer, aber wie gesagt, wenn hier so Kratzer schon dran sind, auf diesem Konus, dann raus damit, einmal erneuern. So, wenn der ganze Schmutz dann von außen erstmal entfernt ist, können wir guten Gewissens die Schwimmerkammer aufschrauben. Ich habe das jetzt hier schon mal vorbereitet. Wie gesagt, ich habe hier nur noch eine Schraube zu lösen. Und was immer hilfreich ist, ist so ein sauberer Lappen, wo man dann die ganzen einzelnen Teile ablegen können. Das hier ist die Schwimmerkammer. Und wenn wir die geöffnet haben, können wir hier auf den Schwimmer schauen. Der Schwimmer ist im Endeffekt nichts anderes, wie wenn jetzt hier der Sprit drin ist, läuft der Sprit so weit nach, bis quasi sich dieses Teilchen hier so weit anhebt, dass kein neuer Sprit mehr nachlaufen kann. Da ist so ein kleines Ventil drin und da geht es schon los. Wo soll man darauf achten? Ich baue ihn schnell mal aus. Das geht hier relativ simpel. Wir haben hier die Fixierung vom Schwimmer. Und dann haben wir hier, ich lege mal den Vergaser auf die Seite, dann haben wir hier das Nadelventil, das Schwimmernadelventil. Das ist jetzt ein gummiertes Schwimmernadelventil. Das könnte jetzt den Fehler haben, dass die Gummierung schon eingelaufen ist oder einen Abdruck hat, dass dieses Teil hier nicht mehr richtig abdichten kann. Das würde bedeuten, dass der Benzinstand im Vergaser zu hoch ist und der Vergaser würde tendenziell immer überlaufen. Es gibt aber auch Schwimmernadelventile, wo das hier auch aus Messing ist. Und da muss man darauf achten, ob das vielleicht eingelaufen ist. Auch hier gehe ich hin und reinige erstmal alle Bauteile. Wie gesagt, der Schwimmer, der ist jetzt hier separat. Das ist ein Kunststoffschwimmer, also so in dieser Art. Der muss jetzt nicht immer rund sein, der kann auch mal eckig sein. Es gibt wirklich sehr, sehr viele verschiedene Formen. Es gibt auch Schwimmer, die hier noch ein Einstellplättchen haben, dass man die Höhe des Schwimmers einstellen kann. Was aber für euch wichtig ist, dass man erstmal prüft, ob dieser Schwimmer dicht ist. Weil wenn der hier in so einem Anguss einen leichten Riss hat und sich füllt mit Kraftstoff, dann ist er genauso schwer wie der Kraftstoff innen drin und hat keine Funktion mehr, die Zufuhr zu öffnen oder zu schließen. Also hier darauf achten, dass er auch dicht ist. Die ganz, ganz alten Mofa-Schwimmerchen, die waren aus Messing und die waren auch gelötet. Also da ist das öfter mal passiert. Bei den Kunststoffschwimmern ist es mir noch so gut wie nie passiert. Oder eigentlich, ja, nie soll man eigentlich nicht sagen, aber sehr, sehr selten, dass da mal ein Defekt dran ist. Aber das beim Ausbau direkt mal prüfen, wie ist das Ding hier beieinander. Okay, relativ simpel alles. Hier haben wir quasi die Spritzufuhr. Das geht hier über den Kanal rein zum Schwimmer-Nadelventil. Und da ist es genauso das gleiche wie bei dem kleinen Bauteil hier. Schade, dass ich jetzt nur so einen kleinen Vergaser habe. Wenn wir jetzt einen größeren Vergaser hätten, könnten wir es besser sehen. Wenn hier eine Verunreinigung drin ist, passiert das gleiche, wenn dieses Ventil beschädigt wäre. Da zeige ich euch jetzt, wie man diesen Bereich sauber machen kann. So, diese Polierlappen, das kennt eigentlich jeder von euch. Ich wüsste jetzt auch gar nicht, welches andere Produkt ich nehmen könnte. Das gebe ich hier auf so ein Watteohrenstäbchen drauf und zwirbel das so ein bisschen rein. So, dass wir hier eine kleine Spitze haben. Bei den großen Vergasern ist es etwas einfacher, weil wir mit diesem Stäbchen hier direkt reinkommen. Okay, das Ganze vertödel ich jetzt mal noch so ein bisschen, dass es gut hält. Ich nehme hier nochmal ein bisschen von weg von der normalen Watte und drehe hier so ein bisschen mit ein. So, und das Ganze machen wir jetzt in unsere Akkubohrmaschine. So, und mit dieser Akkubohrmaschine fahre ich jetzt vorsichtig in diese Bohrung rein und reinige somit den Sitz, jetzt leuchtet es auch schon, den Sitz von dem Schwimmerchen. Und das ist kein Hexenwerk. Wie gesagt, hier können wir jetzt sicher sein, dass der Sitz sauber ist und dass das auf jeden Fall gut abdichtet. Nichts Schlimmeres wie ein falscher Schwimmerstand oder ein undichter Schwimmer. Wie gesagt, man bekommt diesen Vergaser dann sonst nicht abgestimmt. Bei so ziemlich allen Vergasern gibt es im Prinzip zwei Düsen. Die Leerlaufdüse, das ist immer die kleinere und die Hauptdüse, die in einem Düsenstock drin sitzt. Beides kann man jetzt entfernen. Ich kann jetzt hier mal die Hauptdüse rausschrauben. Die Hauptdüse ist natürlich etwas größer als die Leerlaufdüse. Ganz einfacher Test, um zu prüfen, ob sie frei ist, indem ich das Ganze gegen das Licht halte und einen kleinen Lichteinfluss sehe. So, was kann man jetzt noch machen? Wenn ihr denn kein Ultraschallgerät habt, dann ist es auch nicht so schlimm, weil da hilft in der Regel ein Tröpfchen Öl. So, Öl kann jetzt hier aus der Spritze draufgegeben werden. Einfach mal hier drauf. So, das Öl läuft in die Düse rein und dann gehen wir hin mit der Luft und pusten hier einmal durch. So, und durch diese Viskosität vom Öl, also durch diese, ja, weil das Öl ja relativ dick ist, nimmt es den Schmutz mit raus. Zum Schluss einfach nochmal mit einem Bremsenreiniger drüber sprühen, nachsprühen mit der Luft. Zack, da ist die Düse. Schön gegen das Licht halten. Und jetzt sehe ich, jetzt kommt sogar noch mehr Licht da rein. Also, hier könnte man schon von einer Verschmutzung sprechen. In der Regel hat es sich damit getan, wenn man das so macht, wenn die Verschmutzung natürlich sehr stark ist, kann man das Ganze oder die ganzen Bauteile immer noch einlegen in Essigessenz oder so, dass das Ganze sauber wird. Nicht immer sieht dieser Düsenstock so aus, dass es nur ein Gewinde ist. Es kann auch sein, dass hier auch nochmal Querbohrungen sind. Dann geht man hin und schraubt im Prinzip die Hauptdüse raus. Das kann man hier ganz einfach machen, dass man zwei Teile hat. Der Düsenstock selber, wie gesagt, wenn er Querbohrungen hat, dann kann man die natürlich mit der gleichen Vorgehensweise reinigen. Das gleiche gilt jetzt für die Leerlaufdüse. Die lässt sich auch rausschrauben. Benutzt da bitte das richtige Werkzeug, weil das sind teilweise filigrane Teilchen. Und wie man jetzt auch hier erkennen kann, das sind ganz, ganz winzige Düsen. Das ist jetzt ein Rollervergaser. Also je kleiner der Vergaser ist, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich hier so eine kleine Düse festsetzen kann. Das gleiche passiert jetzt hier auch. Einen Tropfen Öl drauf geben, mit der Luft rauspusten, Kontrolle gegen das Licht halten und dann schauen wir weiter. Ja, das sieht sehr gut aus. Oft ist es so, dass diese Bohrungen ins Freie gehen. Das heißt, ich sprühe hier auch nochmal final alles raus mit meinem Bremsenreiniger, um die Ölrückstände von dem Öl, was ich reingegeben habe, rauszubekommen. Achtung mit der Kamera mal. So, und hier sieht man, dass hier Licht zu sehen ist, hier ist Licht zu sehen. Hier können wir kein Licht sehen, weil die Kraftstoffversorgung von der Seite kommt. Oft ist es aber so, dass wir hier auch einen freien Durchgang haben, dass man hier auch wieder das Ende sehen kann von der Leitung. Wenn man sich jetzt nicht ganz sicher ist, gibt man hier auch wieder einen Tropfen Öl rein und guckt, wo kommt es denn auf der anderen Seite raus. Ups, da war ein bisschen viel. Jetzt gehe ich hier nochmal drauf und dann müsste das Öl hier wieder rauskommen. Da sieht man es. So einfach ist es. Wir machen keine Doktorarbeit draus. Wenn das Ganze dann sauber gereinigt ist, wird es schön nochmal abgesprüht und wird er eingebaut. So, jetzt wird hier alles wieder zusammengeschraubt. Bei größeren Vergasern kann man quasi auch noch die Führung von der Nadeldüse ausbauen und das Teil prüfen. Wie gesagt, ich mache mal hier wieder in umgekehrter Reihenfolge alles zusammen und denkt dran, dass diese Sachen auch nur lauwarm angezogen werden. Also sowas kann relativ schnell mal abreißen. Dadurch, dass aber keine großen Kräfte drauf wirken, ist es egal. So, Schwimmer wieder reinsetzen mit Schwimmernadelventil. Hier geht es ganz, ganz einfach, weil hier mein Haltebolzen relativ lang ist. So, und dann reinsetzen. Immer nochmal darauf achten, dass dieser Schwimmer hier leichtgängig ist, weil der, wenn sich jetzt hier nicht bewegen kann, dann haben wir schon das nächste Problem. Also immer auf Leichtgängigkeit prüfen. So, Deckel drauf und gut ist. Da kann man auch nichts falsch machen. Hier hat man diese Bohrungen, also in Folge dessen kommt der Deckel so drauf. Wer jetzt auf die Schnelle mal was sauber machen will, der kann jetzt noch hingehen und von hier unten an die Hauptdüse gelangen. Dadurch, dass die Hauptdüse aber in der Regel immer relativ groß ist, geht man davon aus, dass die Leerlaufdüse erst verschmutzt ist. So, hier über Kreuz vier Schrauben anziehen. Ich mache jetzt nur mal eine rein grob. Und dann kommt der Schieber rein. Der Schieber ist nicht ganz zylindrisch. Also wir haben hier eine Anhebung. Und diese angehobene Seite, also hier hat er eine Nut, diese angehobene Seite kommt immer Richtung Luftfilter. Da drauf achten, weil manche Schieber kann man genau auch 180 Grad falschrum einsetzen. Also angehobene Seite Richtung Luftfilterseite rein. Und dann muss das Ganze auch geschmeidig sitzen. Wie gesagt, hier sitzt normalerweise der Gaszug dran. Hier gibt es auch schon mal Markierungen oder eine Nut. In dem Fall ist es egal. Dann kommen die Schräubchen wieder rein. Und dann kommen wir zum nächsten Schritt. So, jetzt sitzt der Schieber drin, so wie er soll. Wir haben hier auf der Seite zwei Schrauben. Das kann immer eine Schraube sein, die man auch von Hand verstellen kann, mit einem Rändel von außen. Das wäre quasi die Leerlaufschraube. Mit dieser Schraube hebe ich oder senke ich den Schieber. So, wo müssen wir drauf achten? Dass wir hier einen ganz, ganz kleinen Spalt erzeugen mit dem Anheben. Ich gehe mal hier so, dass ihr es auch sehen könnt, dass hier so ein kleiner Luftspalt ist. Das reicht im Endeffekt schon aus. Das ist quasi die Grundeinstellung für Standgas. Wenn der Schieber ganz, ganz unten ist, dann macht er zu. Dann müsst ihr immer so ein bisschen Gas geben. Also ihr wollt ja das erste Mal auch haben, dass das Fahrzeug anspringt. Deswegen dürfte das theoretisch auch ein bisschen höher sein. Fein justiert wird später. Dann haben wir bei dem Vergaser hier die Gemischregulierschraube. Das ist diese hier. Das ist nichts anderes auch wie ein Konus, der eine Bohrung verschließt. Hier gehe ich jetzt hin. Ganz leichte Drehung, bis es nicht weiter geht. Nicht den Konus beschädigen. Aufpassen. So, ist sie zu. Dann drehe ich eine halbe. Dann drehe ich eine ganze. Dann drehe ich eine halbe. Ganz rein. Anderthalb Umdrehungen raus. Damit müsste dieses Fahrzeug anspringen. Das ist die Grundeinstellung. Also so könnt ihr schon mal nichts falsch machen. Wenn das Fahrzeug läuft, wird fein eingestellt. Also je nachdem, die Gemischregulierschraube rein oder raus drehen, wie die Gasannahme ist, ob der Motor noch so ein bisschen nachdreht. Leider ist gerade kein Fahrzeug da, wo ich es noch vorführen kann. Aber Vergaser einstellen ist dann nochmal was anderes. Wenn es eine ganze Vergaserbatterie ist, also vier Vergaser am Stück, dann gibt es immer einen Hauptvergaser. Und danach werden die anderen Vergaser synchronisiert. Ist auch keine Riesenwissenschaft, aber wie gesagt, ist schon ein anderes Thema. Ich wollte euch jetzt lediglich zeigen, was sein kann, wenn man mal eine Verschmutzung im Vergaser hat. Wie kann man sich selber helfen und Geld sparen vielleicht. Jeder von euch hat einen Tropfen Öl zu Hause. Und wer keinen Kompressor hat, der nimmt eine Luftpumpe. Das macht man dann zu zweit. Und dann kann man sich da so helfen. Also, wenn es euch gefallen hat, dann schenkt mir gerne ein Däumchen. Und bevor ich zum Schluss komme, ganz, ganz wichtig, mit Unterstützung von Kawasaki, gibt es hier dieses Spiel noch zu gewinnen? Haut rein in die Kommentare. Ihr solltet natürlich Abonnent sein von dem Channel. Und mit ein bisschen Glück seid ihr dabei. Gewinner wird dann benachrichtigt. Also, ich mache mal hier weiter und macht ihr es mal gut. Danke, tschüss. Danke, tschüss.